Hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich zeigen was ich seit meinem ersten Computerstart 2007 gelernt habe. Zuerst sammelte ich nur Bilder B, dann begann ich sie zu bearbeiten, später zu animieren. Jetzt mache ich tolle Fotomontagen und digitale Kunst, lasst euch überraschen und nun viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018